Ich kaste hier sogar noch einen Apes-Tor. Ja, ich hatte heute echt einen Scheißtag. Was passiert hier eigentlich? Was schießt du für Tore, Digga? Digga, ist so krank. Es ist so krank, Digga. Dein Account ist so gekauft. Es ist das Schlimmste, was es gibt, gegen ihn zu verlieren. Ich schwöre auf alles. Weil Fitney echt nicht gut ist, Mann. Okay. Lul. Das ist ein vielversprechender Pass. Irgendwann wieder runterziehen. Ja. Bitte, klippt das, klippt das. Wow, das ist krass. Der ist krass, glaube ich. Spunkkopf 92, Ausdauer 91, Stärke 92, agressiert 93. Kopfball 92. Nein. Wer ist das? Wer ist das? Kommt nochmal nach vorne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kommt, mach mal. Oh mein Gott. Oh, dann schreibe ich dir, wenn du nur kurz weggehend willst. Wo war, ey, wo war das in Elfmeter wirklich, das ist klippig. Wo war das in Elfmeter? Hat er ins Tor gepasst? Digga. Was war das denn? Wir haben Messer gegeben, auch wenn ich frei ist und dann an Fäden durch. Das ist ein Witz, das ist ein Skandal, Alter. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, das hab ich noch nie erlebt. Hat der abgefiffen? Der hat abgefiffen, der hat zur Halbzeit gefiffen. Digga, das ist so ein Skandal. Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck sie. Guck sie. Beginne, beginne. Junge, hä? Oh mein Gott. Etou? Etou? Ja, Junge. Puh. Ist das nicht so klein? Jo. Oh mein Gott. Drei Millionen wird lang. Was? Geh doch an. Ali klippt das, Bruder. Ali klippt das, bevor ich irgendwas rasiere, Bruder. Bruno läuft nicht ins Abseits. Weil Bruno ist ein guter Spieler, der... Was? 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 Tendenzverlängerung oder Schlau-Schlau-Schlau-Schlau? Oh mein Gott. Das macht keinen Unterschied, wie du Elfmeter schießt. Aber... Ich hätte so gelacht, wenn das Abseits gewesen wäre. Ich hätte so gelacht, wenn das Abseits gewesen wäre. Die Fans sind heiß. Jetzt alle. Okay. Anpfiff. Let's go. Ernstes Bundesliga-Spiel am heutigen Tag. Nein! Ich hab schnell Simulation gemacht! Jetzt ein Freistoß-Tor? Okocha, hast du Bock? Ich hab geglausert heute. Easy! Mua! Mua! Täuschest du? Nee, nee, Okocha. Alles gut. Aber jetzt bring ich... Wenn er jetzt noch nicht quitten geht, bring ich glausert. Komm, ich gönne ein Tor mit Yashin. Nein, nicht mit Werner, du Knecht! Und dann Sweat... Ich mach alle... Ich lass alle Verteilte hier weggehen, ne? Zieh meinen Torwart zu Eckfahrende, damit er mit Yashin ein Tor macht. Und dann legt er auf Werner? Was für ein Typ ist er denn? Oha! Nee! Oha, Gauzet, Junge! Doppel R1 und auf einmal steht er frei vor Yashin und drückt ihm den Lopfer. Premium, Junge. Ja, guck mal, mehr als doppelt so viel wie Gauzet. Was willst du von mir? Gauzet, Doppelpack! Fass jetzt! Gauzet, Doppelpack! Nee, Micha, ich hab jetzt... Lol, was war das denn für ein Bug? Ich hab nur geöffnet... ...unverdient wie du hier fallst. Doppelpack! Doppelpack! Raph, Raph Statt hier, was ist los mit hier? Also man muss halt ehrlich sagen, dann ist es einfach nur ein schlecht programmiertes Spiel ALLOK Never give up, safe! 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 100. Äh... Lul! Und Leo, wo bist du mein Cousin? Leo, mit Ansage! Bitte einer klippen! Schreib mal alle Pain hat Geburtstag, hat er in Elis Chat geschrieben. Wo hoch geht's für den Jungs? Jo, lass alle hochgehen. Dann sagen alle alles Gute, du safes, dann... Oh, Mann. Will ich stream, Mann! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Tuiuiuiuiuiui! Hey, das ist mein Lieblingsgeburtstag! Danke Jungs! Hast du wirklich Geburtstag? Nein, habe ich nicht aber dein Mod hat... Ja, das war's, Leute. Das war's, Leute. Das war's, Leute. Das war's, Leute. Scheiße. Das war's.